hallo ich grüße euch bei meiner street art aktion ist natürlich jetzt sehr spannend zu erfahren wo wir sind also ihr und ich und das will ich euch mal zeigen das ist ein absolut cooler ort ein bisschen saut tropez ein bisschen mit sa und gleich werdet ihr entdecken wie cool ich bin hier direkt am wasser in einer marina mit unglaublich vielen schiffen hier ist viel spirit ein wackeliges mikrofon ich brauche ab und zu einfach eine andere atmosphäre als mein atelier zum arbeiten das hier ist einer der orte wo ich das finde hier kann man entspannen hier kann man interessante leute treffen die auch mal eine idee haben zu einem bild hier kann man inspirationen tanken und ich zeige euch jetzt mal ein bild das hier entstanden ist dieses hier sieht gut aus noch interessanter sieht es so aus das gehört zu einem neuen zyklus den ich jetzt gerade angefangen habe um dem hier gerecht zu werden das leben auf dem wasser und alles was damit zu tun hat ich weiß noch nicht genau wohin mich der zyklus führt lasst uns mal abwarten wird ihr das leben? hier sind sehr interessante leute auch ein paar verrückte leute die sich für meine bilder interessieren und ich werde mal sehen was sich hier noch so entwickelt sucht mal eine internetgalerie und wenn ihr eines der bilder kaufen wollt dann schreibt mir jetzt noch mal ein kleiner schwenk auf die bilder so ich hoffe ihr könnt mich gut verstehen und noch mal ein blick aufs wasser und die schiffe ist das nicht wunderschön ist das nicht traumhaft es ist hier eine andere welt als im atelier oder in der innenstadt es ist hier einfach ein anderes leben ich hoffe wir sehen uns bald wieder abonniert meinen kanal dann seht ihr mehr davon okidoki bye